Beruhig dich bitte! Die ganze Therapie wird genauso wenig bringen wie die anderen davor. Die werden jetzt irgendwie so einen dummen Automaten anschließen, mit Strom durch den Kopf jagen oder sowas. Aber statistisch gesehen ist das die beste Möglichkeit! Hör doch mal Statistik! Daug du nicht immer aus diesen ganzen Heuchel, die erzählen wir! Das ist Fuschen, das weißt du ganz genau! Hey, ich muss mit dem Weih fort, weißt du. Pass mal gut auf Paps auf, ja. Was ist das Verrückteste, das du jemals für einen Menschen getan hast, dir der wichtig ist? Und was wärst du bereit zu tun? Wenn schon alles versucht wurde, aber nichts geklappt hat, würdest du hinnehmen, dass es im Bereich des Möglichen keine Lösung für dein Problem gibt? Oder würdest du es nicht einfach mit dem Unmöglichen probieren? Es muss einen Weg geben, wie die Welt zu ihm durchdringen kann. Es muss sich nicht gleich alles verändern. Ein kleiner Hinweis, ein winziges Anzeichen nur, dass nicht alles umsonst ist. Ich warte nur auf eine Regen in seinem Gesicht, damit ich weiß, dass er noch da ist. Und so sehr er sich auch in sich zurückzieht, er soll wissen, dass er der Welt nicht egal ist. Ob das klappen kann? Die Menschen glauben fest an das, was sie sich wünschen. Ich bin wieder da. Hey, ich bin wieder da. Bitte verzeih dich, solange ich weg war. Aber ich bin jetzt ein Zauberer. Weißt du? Ich beweise es dir. Schau auf dieses Glas. Konzentrier dich. Wieso gehts? Einzelmakten. Du müsstest, die Musik. Sophen Sie mit dem Weg machen, einen Weg machen. Was ich verstehe? Du bist da. Ich bin seitdem. Du bist da. Du bist da. Du bist da. Du bist da. Untertitelung des ZDF, 2020